In diesem Video geht es um die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Ich erkläre dir, was das war und wie es dazu kommen konnte. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen über die Folgen und Auswirkungen. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist eines der bekanntesten und tragischsten Ereignisse in der Geschichte der Kernenergie. Sie ereignete sich am 26. April 1986 in der damaligen Sowjetunion, im heutigen Gebiet der Ukraine. Der Unfall in Tschernobyl gilt als der schwerste Atomunfall in der Geschichte. Kernenergie wird erzeugt, indem man die Atomkerne von bestimmten Elementen wie Uran spaltet. Diese Spaltung setzt eine Menge Energie frei, die wir dann zum Beispiel zur Stromerzeugung nutzen können. Allerdings ist dieser Prozess auch mit Risiken verbunden, wie der Unfall in Tschernobyl gezeigt hat. Am 26. April 1986, mitten in der Nacht, führten die Arbeiter im Kernkraftwerk Tschernobyl einen Test durch. Dabei kam es zu einer Reihe von Fehlern. Einer davon war, dass der Reaktor in einem instabilen Zustand betrieben wurde. Dies führte zu einer explosionsartigen Freisetzung von Energie, die das Dach des Reaktors abdeckte. Das freigesetzte Material, darunter radioaktive Partikel, wurde in die Atmosphäre geschleudert. Radioaktive Partikel sind gefährlich, weil sie Schäden in lebenden Organismen, einschließlich Menschen, verursachen können. Die radioaktiven Partikel, die bei den Gesundheit der Menschen, die in der Region lebten, verteilten sich weit über die unmittelbare Umgebung hinaus. Sie erreichten viele Teile Europas und es gab auch viele andere Gesundheitsprobleme. Die Menschen in der näheren Umgebung des Kraftwerks, vor allem diejenigen, die in der Stadt Pripyat lebten, mussten evakuiert werden. Neben den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hatte der Unfall auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Der Unfall verursachte eine weitreichende Kontamination des Bodens und der Gewässer, was die lokale Tier- und Pflanzenwelt stark beeinträchtigte. Es wurden Mutationen und andere gesundheitliche Probleme bei Wildtieren beobachtet. Heute ist die Umgebung des Tschernobyl-Kraftwerks eine Sperrzone, die als Zone der Entfremdung bezeichnet wird. Sie ist größtenteils unbewohnt, obwohl einige Menschen trotz der Gefahren entschieden haben, zurückzukehren und dort zu leben. In den letzten Jahren hat sich die Zone jedoch auch zu einem unerwarteten Naturreservat entwickelt, da sie wegen der radioaktiven Kontamination von Menschen weitgehend unberührt geblieben ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017